Francesco Gicciardini war ein italienischer Politiker und Historiker. Seine Historia d'Italia ist das führende Stück Geschichtsschreibung für die Dinge Italiens zwischen 1492 und 1534. Jenseits dieses großen Eigengewichtes ist Gicciardini als Freund und Wehrgefährte von Niccolò Machiavelli bekannt. Leben Gicciardini entstammte einer alt etablierten Familie der Oligarchie von Florenz. An den Universitäten von Florenz, Faara und Padua studierte er die Jurisprudenz. Eine von ihm ersehnte kirchliche Karriere wurde ihm von seinem Vater Piero verwehrt. Bereits im Januar 1512 wurde er von der Signoria als Botschafter an den Hof von Ferdinand dem Katholischen in Aragon entsandt. Als die in der Bündnisentscheidung zwischen Frankreich und Spanien wankende Republik Florenz den König als alternativen Bundesgenossen unter Berufung auf eine 1509 vereinbarten Protektion bemühen wollten. Entsprechend war er Gesandter in Spanien, als die Republik Florenz stürzte und die Medici im Spätsommer des Jahres zurückkehrten. Sein Discurso di Locronio kommentierte an fremdem Ort die Schwierigkeiten von Florenz unter Piero Sodereni und wurde zufällig am 31. August Am Tag des Sturzes, letztmals von ihm berührt, ab 1516 stand Giacardini im Dienst der Medici-Päpste Leo X. und Clemens VII. und bekleidete hohe Funktionen, zunächst die des Gouverneurs von Modena. Bald war er der Präsident bzw. Stadthalter in der Romagna und 1526-27. im Krieg der Liga von Cognac gegen die von Karl V. Ausgehende Drohung eines habsburgisch-spanischen Universalherrschaft der päpstliche Generalleutnant. In seinen Funktionen erlebte Giacardini nach eigenem Bekunden genug Missbrauch päpstlicher Macht, so dass er sich zum Luthertum bekehrte. Dennoch blieb er nicht nur ein gehorsamer Sohn der katholischen Kirche, sondern auch seinen päpstlichen Brotgebern treu ergeben. Eine ähnliche Diskrepanz zwischen privater Meinung und öffentlichem Wirken zeigte er in seinem Wirken für die Medici als Despoten von Florenz. Wie wohl er eine Ratsherrschaft nach dem Vorbild Venedigs als die bestmögliche Regierungsform betrachtete und sie in der Ordnung der Jahre vor 1512 angedeutet sehen konnte, setzte er sich nach Kräften für den unbeliebten Medici-Tyrannin ein. Bereits zu Lebzeiten brachte ihm dies den Ruf eines zynischen Opportunisten ein. In den Wirren des Jahres 1527, dem Jahr der Plünderung Roms, lehnte sich seine Heimatstadt gegen das Regiment der Medici-Sprösslinge Alessandro und Eppolito dei Medici sowie gegen den Kardinal Silvio Passerini auf und retablierte die Republik. Giet Schadini als bekannter Anhänger des geflohenen Medici musste später ebenfalls fliehen. Nach dem neuen Sturz der Republik 1530 wurde er mit der Bestrafung der Einwohnerschaft beauftragt, die er mit grausamer Härte durchführte. Nach der Ermordung Alessandros 1537 hoffte Giet Schadini als Berater des unmündigen Cosimo dei Medici die wahre Macht in Florenz ausüben zu können. Seine Erwartungen wurden jedoch getäuscht, denn Cosimo entließ ihn aus allen Ämtern. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte der alternde Ex-Diplomat auf seinem Landsitz in Arketrie. Wo er sich durch Niederschrift seines Hauptwerkes dauernden Nachruhm erwarb, er verfasste die Historia d'Italia. Ein Neffe Francesco Giet Schadinis war der Kartograf Lodovico Giet Schadini. Die Historia d'Italia Sachlich kühl, detailliert und präzise war das umfangreiche Geschichtswerk geschrieben. Die auf die Spanne von 1492 bis in die 30er Jahre des 16. Jahrhunderts bezogene Historia d'Italia. Giet Schadini beschrieb die Ereignisse als politischer Insider aber distanziert und für die damalige Zeit erstaunlich unparteiisch. Zudem zeichnete er die wenige Jahre zurückliegenden Ereignisse im politisch zerrissenen Italien von einem überregionalen, nationalen Standpunkt aus. Das Werk galt lange Zeit als unanfechtbar. Erst im 19. Jahrhundert wurden ihm von Leopold von Ranke grundlegende Fehler nachgewiesen. Werke Storie Fiorentine Diario di Spagna Discursi di Locronio Relatione di Spagna Consolatoria Orazio Akkusatoria Orazio Defensoria Del Regimento di Firenze O Dialogo e Discursi del Regimento di Firenze Considerazioni interno e Discursi del Machiavelli Sobra la prima decaditae to Livio Ricordi oder Ricordi politisch oder Ricordi civilei e politisch oder Ricordi politisch e civilei Auch maximen Endreflexionen in Übersetzungen Le cose Fiorentine Storia d'Italia Storia 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 Vielen Dank.